habe ich getroffen habt ihr einen auch getroffen ich habe den auch getroffen und ich habe den viermal getroffen oder so da habt ihr noch mal getroffen habe noch mal getroffen ich auch so leute wissen es der maxim kanal gamecorp und und der jorge und es ist nicht leidung ich will wieder eine runde die kalle heute auf der neuen prüsen map zu zweit der jorge länger nicht mehr gespielt hat einer schon seinen airdrop alter aber das ist nicht ding lightning dieses der normale runde weil der kraft ist aber ich kann den airdrop noch nicht rufen ja ich habe auch ein early aber hat mir halt schon sagt gecraftet mein early airdrop ist übrigens eine nahkampfwaffe weil ich das gefühl habe mit dem bogen ist man ziemlich gut ausgerüstet gegen gegner ich laufe einfach direkt in eine richtung weil ich auch nicht mein gott ist seit engels explodiert bin ich gerade erschrocken alter weil ich auch nicht weiß wo man hier gut luten kann wenn ich jetzt aber cool dass die neue maps haben das ist anscheinend eine neue map hier ja genau das ist diese prüsen die finde ich auch ziemlich nice ich weiß nicht ob ich überall auf der map war habe zwischen zwei mal glaube ich gespielt sie rufen ja direkt neben mir war auch einer zum airdrop aber die werden keine so krassen sachen haben also sollten sie jedenfalls nicht haben ich gut mal ein bisschen hier meine kommt direkt auf mich zu kannst abhauen rede mit mir mir ist einer der nähe shit hier ist eine rote truhe kann ich vergessen da ist einer bei mir in der nähe und er kommt wohl auf mich zu stürzen ja kommst du dir 300 meter ich bin auf dem weg zu dir scheiß auf fluten ich komme jetzt zu joggo er hat keine waffen mehr und komme leben ich komme ich komme ich komme ich komme also 200 meter halten die müssen erstmal überwindet werden ich kann übrigens schon mein ding leisten mein airjob und hier steht gehtner steht der afkar bitte sagt mir dass der afkar ist er ist afkar jawohl free coins gg und backpack ja auch backpacker ich bin schon voll irgendwie naja ich habe auch ein backpacker stimmt ich habe ja ein backpacker von anfang an so das habe ich bekommen das auto gehabt okay nice der hat nicht so krassen scheiß gehabt aber er hat was gehabt und er hat auf jeden fall coins gehabt ich habe jetzt nämlich 80 coins schon mal ganz guter start hier so ein afk boy zu töten wie kann ich wie kann ich den backpacker in rüstung umwandeln du musst auf den stein machen ich weiß ich habe gar nicht gesehen ob derzeit gejobbt hatte ich weil ich glaube den wo man am anfang bekommt den job dann glaube ich nicht wenn man steht deswegen habe ich jetzt nicht darauf geachtet verdammt ja das ist gut ich komme zu dir ich kann mir ich habe 100 coins kann mir eigentlich meinen bogen holen hast du in der nähe von dir gesehen rechts von mir habe ich einen gemacht ich sehe hier ein hast du einen gerufen oder was ich habe den kukri airdrop ja ich habe ich kriege eine fernkampfwaffe hier sind wir ich habe ein bow ich habe ein autobow der links wurde auch gerufen was du ist ein autobow ja das ist der gegner hat ein autobow gehabt ja nice die hast du schon genug munition ich habe 12 ich habe auch so eine komische falle die man legen kann drei stück hier so krafted punchy sticks oder punkt ist ja die sind eigentlich wirklich gut zum fighten ja ja deswegen scheiße wo ist denn hier noch ein airjob ich bin schon ein bisschen weitergelaufen wie du gesehen hast ich bin bei dir ich suche ein airjob field scheiße alter ich hätte niemals gedacht dass ich irgendwie probleme damit habe im airjob field zu finden hast du noch platz für spritzen da kann ich dir was geben ich habe nämlich ja einfach gehen ich habe bereich nicht platz ich bin gerade in einem raum und loote den ok hier können wir uns eine waffe kaufen ich habe übrigens auch einen mantracker hier sind einer in der nähe von mir ich habe ich habe einen bogen für dich ich glaube der ist ab komm komm mit komm mit ich habe einen bogen für dich ok 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 dann tauschen hier kriegst du ein fast geht gib mir den bogen am besten danke dir mache ich mal auf die zwei dann mache ich den mantracker auf die drei so der ist da vorne links war der ich würde mir gerne ein bisschen munition machen für den bogen ehrlich gesagt dann brauche ich mir mein ding auch nicht mal zu rufen ähm da vorne ist er direkt geradeaus das sind zwei wollen wir machen oder nicht hab ich getroffen hab den einer auch getroffen ich habe den auch gut getroffen und ich habe den viermal getroffen oder so da habt ihr noch mal getroffen ich auch hab ihn noch mal getroffen ich ich catch ihn komm komm her komm her nahkampf bitte ja ja ok ich hab den an fuck 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 ist grad kritisch ich komm kurz zurück hau mir mein ironforce kind rein ja hab ich auch so wer verfolgen die jetzt die öffnen eine crate egal nein der hat so einen autobogen bekommen den hebe ich mir direkt auf scheiße ich weiß nicht ob ich dich grad gebackstabt habt kann es sein ich wurde grad gebackstabt ja scheiße dann war ich das aber den einen bekomme ich den jackson nein hab ihn hab ihn hab ihn soll ich dir helfen hast du ihn? ich nehme mir deinen autobogen perfekt alter nice oh nein da kommt Gas ich muss weg ich kann nicht looten schade dann loot bei mir mit ähm der hatte noch einen autobogen brauchst du den? ne ich hab noch zwei wie viel schuss hat der ich hab zwei schuss ich hab mir grad die ammo genommen äh hier war noch ein taser nimm du die mal äh so ich hab noch platz um was mitzunehmen und zu verkaufen ähm die punch sticks palte ich jetzt einfach mal ok nice ich müsste mich jetzt healen irgendwo ah geradeaus sind noch es sind noch zwei lauf zurück andere Richtung zurück 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 das sind zwei die schießen auf uns mit denen will ich jetzt grad nichts zu tun haben ehrlich gesagt ja die können jetzt den anderen looten halt ne der hatte fast nichts mehr ach so den der im gas war egal dann lenken wir die wenigstens ab weil ich hab grad nicht volles leben und das bräuchte ich gut also ich hab leider kein ich hab auch nicht volles leben ich hab leider kein late game airdrop das ist schade dadurch dass ich jetzt schon guten aber hier ist doch ein airdrop ich hol mir jetzt hier leben einfach von dem ding hier von dem automaten ich auch alle hörselt auch da unten irgendwelche vögel ne hier ist ein adler und einen hungriff von äh gehört soll ich mir die holen ich kann mir ich kann sie mir leisten ja ja klar ja klar ich hol's mir die anderen kommen gleich ne ja deswegen ich packe hier noch äh punchys hin vor die rein nein ich hab ich hab standbild ach man hey what the fuck hörst du mich noch ja okay alter das spiel ist ein bisschen instabil merke ich grad halt nicht wirklich das hab ich gar nicht mitgekriegt okay ah die container tür können wir öffnen also achte auf die tür ah da da hier aus der richtung kommen kommen welche oben 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 lass hoch ich hab den ein dreimal getroffen ja ich will auch dann hab ich nochmal getroffen ich hab keine Muni mehr nicht looten alter wir müssen die angreifen ironforskin ja ich hab ironforskin okay dann hau dir rein du bist fast tot also hast wir ihn geleben ja ich hab ihn reingehauen wir gehen jetzt auf den linken los komm ich hab ihn getroffen aber ich hab keine Fernwahlkampfwaffe mehr hinter dir helf mir einfach ich bin unterwegs scheiße schießt da noch jemand anders ja ich hau ab ich hau ab ich hau ab ich hau ab ich hau komplett ab ich hau komplett ab du kannst kommen ja shit ich hab den eigentlich getötet nein ich hab einen getötet ich weiß nicht ob ich durch meine eigenen Fallen laufen kann nein ich wurde oh ich wurde gehuntet scheiße wir müssen viel mehr koordiniert am Vorgehen ja verdammt Mist verdammt die hätten wir bekommen können die hätten wir echt bekommen können wenn diese eine typisch von ihnen bekommen wird ja du bist halt eben weggerannt also ist ja klar dass du dich ein einer ein bist ja ich meinte ja ich geh drauf ich meinte ja ich geh drauf oh Mist wie ist es nun Lokal was dr Bis zum nächsten Mal.